Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Klengarn. Willkommen, wir spielen jetzt eine Runde Far Cry. Ja, kann ich, kann ich, ja? Und Action. Hi. Herzlich willkommen hier aus Paris in einem wunderschönen Innenhof zusammen mit dem Nickstar, der gerade hinter der Kamera ist. Kurz zur Klarstellung, nein, ich habe für dieses Video kein Geld bekommen, aber Ubisoft hat mir die Reise nach Paris bezahlt, also vielen Dank dafür. Wie bin ich nur spontan nach Paris gekommen? Keine Einblendung, weil das immer ziemlich lame ist, nur Einblendung von Reisen zu haben. Okay, eine machen wir doch. Jetzt habe ich so ein Foto eingeblendet, habe ich aber gerade gar nicht ein Flugzeug aufgenommen, das ist von der letzten Reise, aber ist egal. Wir sind heute hier, um uns ein bisschen was anzugucken und wir nehmen euch mal mit. Vielleicht sehen wir ja was Cooles und ansonsten muss ich nur dich filmen, irgendwie, weil... Ich mag Gummibärchen. Ich wollte eigentlich sagen für die Girls, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ankommt. Yo, kommt mit, checkt das aus, was wir jetzt machen. Kommt, ich gebe es. Rein hier in den Laden, rein. Darf ich dir mal heftig ins Gesicht filmen, während du isst? Das ist mit Ruhe, ist krass. Ich, jetzt bin ich, ich drehe nur gerade Schnittbilder für meinen Vlog, ich vlogge. Hallo, mein Name ist Timon. Ich mache einen YouTube-Kanal im Internet. Nee, ich wollte dich was fragen, aber wie findest du denn den Baum? Ich finde, der Baum ist ein bisschen fett geworden. Der steht nur rum den ganzen Tag. Ich lache gar nicht, ich lese nur den Ort vor, wo wir gerade sind. Wir haben uns mal ein bisschen erkundigt, wo wir hier sind. Wir sind hier in, äh, ha, 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 ha. Das Wichtige bei der ganzen Sache ist die richtige Aussprache, weil wir sind ja in Frankreich, deswegen muss man sagen, ha, 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 ha. Ach, komm, ey. Wenn du da noch so das? Nix. Wenn du einfach so dekadent bist, dass du keinen Selfie-Stick hast, sondern ein Selfie-Stativ. Dazu, ich zoome mal ran, vielleicht sieht er dann größer aus. Okay, wir haben jetzt ziemlich viel gezockt, eigentlich. So ein paar Stunden. Wie ist dein Fazit? Das hat Spaß gemacht, aber ich habe irgendwie Lust bekommen, Leute zu treten. Haben wir vielleicht ein bisschen Videomaterial da? Wir sind jetzt gerade beim Supreme in Paris. Wir bekommen hier so ein bisschen die neue Mode. Wir haben allen hier erzählt, wir haben einen gemeinsamen Tretkanal, wo wir uns gerne mal treten und alle glauben uns. Ich fühle mich schon bereit. Sie sieht richtig geil aus, Alter. Ja? Ja, Mann. Du würdest wahrscheinlich in so einem typischen Sparta-Film in der ersten Sekunde sterben. Du wärst jetzt nicht der Held. Das ist Sparta! Äh, was? Du fühlst dich an, einen Menschen einfach aus dem Leben getreten zu haben. Guck ihn dir an, der kann nie wieder arbeiten. Geil. Gertreten werden ist ein Dorn. Geil. Ich glaube, wir haben gutes Meme-Potenzial. Ich denke auch, ich denke auch. Ich glaube, unser Kick-It-Channel, der wird groß. Ja, abonniert den, Alter. Vielleicht YouTube next big thing. Treten. Let's treat. Kick-It-Like-Klängern. Das habe ich jetzt reingeschnitten, verstehst du? Kick-It-Like-Klängern. Wir haben jetzt... Kick-It-Like-Klängern. Das war, genau, also da war die Pause, aber ich habe es eigentlich nur die ganze Zeit reingeschnitten. Kick-It-Like-Klängern. Das ist eine Alliteration. Man muss dazu sagen, du warst ein bisschen besser in der Zeit, wo wir jetzt gezockt haben, ein paar Stunden. Ja, du hast dir ein bisschen schwer getan, du bist aber auch häufig gestolpert. Griechenland ist relativ... Da sind viele Estos-Steine. Viele Steine, ja, genau. Master of Vlog Strikes Again. Ja, an der Stelle habe ich dann nichts mehr aufgenommen. Das war es aber von meiner Reise zum Assassin's Creed Event in Paris. Wenn es euch also gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Checkt auch den Nix da aus, mit dem ich zusammen da war. Dann war es das an dieser Stelle. Macht's gut. Ciao.